Hi, erstmal. Wir spielen auf einem neuen Server, den der Mark erstellt hat, mit einem Modpack. Das auch ebenfalls ich erstellt habe. Genau. Zusammen mit dem Lenny und mit dem Mark. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Und Mark, willst du jetzt Einzelheiten zum Modpack ergeben, oder wollen wir einfach mal... Ja, okay. Atmosphäre habe ich von Hexel geklautzt, wie man an den Türmen da oben sieht. Allerdings habe ich sehr viele magische Mods mit drin, also zum Beispiel Taumcroft, Botania, wie man an dem Baum da drüben wunderbar erkennen kann. Erster Greatwood Baum. Und... Woher gehst du aus, Kollege? Ähm, ja, die Erze sind ein bisschen weiter an der Oberfläche. Und insgesamt wurde halt drauf geachtet, von mir natürlich, dass das Modpack recht schnell spielbar ist. Das heißt, man kann direkt Erze finden und direkt, direkt, direkt ins Geschehen starten. Ähm, und wir haben einen Todezähler drin. Sollte er auf jeden Fall drin sein. Vielleicht hat er sich jetzt aus Versehen deaktiviert oder so. Das wäre natürlich unschön, aber dann würde ich ihn später einstellen. Ähm, und bei jedem Tod wird das Ganze eine Stufe schwieriger. Also am Anfang werden es noch drei Tode sein, bis zur dritten Folge. Und danach zählt jeder Tod, damit das Ganze im Modpack schwieriger wird. Äh, das werden wir uns dann überlegen. Also das ist deswegen, weil wir erstmal wollen, dass wir nicht gleich zum Anfang hin einfach die ganze Zeit verkacken und keine Chance haben, uns aufzubauen, weil... Ja, das wäre kacke. Und ich habe mir jetzt erstmal Holz besorgt, das war wieder das Rosane, das Söhne. Wo seid ihr hin? Da drüben, der Tod ist vom Testen. Ich habe erstmal einen Rassen-Loot. Erstmal habe ich einen Ankommen, äh, ein Ankommen, okay, ein Ungewöhnlicher. Ähm, Loot-Säckchen, das gebe ich auf jeden Fall einmal einen Lenhaut. Komm mal her. Ah Gott. Ankommen für den Lenhaut. Und schaut mal. Kommen für den guten Mark und der ist einfach schon ein Schick. Ich habe ein Schick. Dankeschön. Und jetzt? Ich habe zwei Ender-Purls. Nice. Okay, dann habe ich hier einen Ring und das... Aber ich muss mich mal zurück verwandeln, wegen den Herzen. Guck von welcher Motto ich will. Ähm, fangen wir mal an, Höhle zu buddeln. Ja, ich mache... Ihr müsst die Federn einsammeln von den Hühnern, die sind später sehr wichtig. Ja, ich will auch mal ein Hühner mit, damit ich... Wo seid ihr? Ich buddeln gerade eine Höhle für uns. Warte, ich verwandeln... Hol dir erst mal Eisen. Du kannst direkt in meine Höhle reingehen, okay? Nein, lass mich mal gut sein. Aber wenn ich bitten darf, glaubt mir hier keiner mehr. Oh, es wird schon Nacht, kann das sein? Ja. Das ist unvorteilhaft. Kommt mal bitte rein und macht am besten auch aus dem Holz direkt eine schöne rosa Tür. Dann hol dir halt Holz. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Auch keine Spitzhacke und kein Bock, wie es mit der Hand in dem Holz abzuhören. Ja, die Spitzhacke brauchst du natürlich auch die Trefferholz. Axte halt. Kann man sich ja mal versprechen. Mal schon. Das passiert aber beim Markt viel öfter. Ja, hol dir direkt Eisen am besten. Wir haben die Aufnahme, die wir vorher versucht haben. Wir haben übrigens schon drei Versuche. Wo wir... Beim ersten Mal war der... Beim ersten Mal war das Modpack... Also er war nicht vollständig leider. Das gehe ich nämlich auf meine Kappe. Und bei den anderen Versuchen war der Seed scheiße. Das haben wir erst zwischendrin festgestellt, als wir schon angefangen haben aufzunehmen. Da hätten wir nicht weiterspielen können. Jedenfalls nicht vernünftig. Und... Wir wurden dauerhaft von... Ja, genau von so magischen Bienen getötet. Und es war einfach kacke. Und verliebt. Leute, seid ihr eigentlich einfach direkt, oder? Nee, ich bin eigentlich gar nicht so weit weg. Ich bin einfach noch ein bisschen weit oben. Ach, das ist einer von euch. Ich hatte voll Angst vor dem Skelett und hab mich so gefragt, wie das eine Axt in der Hand hat. Verdammte Axt. Eure Zuschauer müssen wissen, ich bin der Intelligenteste hier im Modpack. Sieht man ja schon, wenn ich denke, dass es ein Skelett ist, weil es eine Axt in der Hand hat. Ja. Da ist das... Können es gelettet nicht alle Sachen in der Hand haben? Ah ja. Na Gott, das ist gelettet. Ja. Ah! Das ist gelettet echt. Nein, ich sterbe. Ach ja, wir sollten eventuell noch erwähnen, dass wenn man stirbt, dass es dann das Konfekt spielt. Ja, haben wir schon. Wie bitte? Mark, hast du das schon erwähnt? Nee. Gut, also wenn man stirbt, also nach drei Tod, würde ich jemand was zum Essen geben. Ähm, erhöht. Oh, okay. Wir haben jetzt auch einfach, glaube ich, und dann wird es auch normal geliebt. Nein, ich glaube, ich bin jetzt schon normal. Ja gut, dann auch schwer. Ich geh halt schnell raus, dann warten wir die Nacht ab oder so. Nee, oder? Goldene Kaser, Goldener, jetzt, ich mag, das ist doch voll unnötig, oder? Nö. Keine Ahnung, wir brauchen Gold. Ähm. Oh, scheiße. sie irgendwie ging gerade alle mobs auf los kann es sein ja er hätte mich ich tot ich bin sterb ich bin tot jetzt sieht man hier zu beantworten das war absicht übrigens damit wir auf jeden fall ja einfach nur um es euch zu zeigen ist ja ganz klar ich meine ich würde den nerven sterben das ist der ach komm schiebt am ort da bin ich erschrocken nur ein kleiner ich bin erschrocken warum ganz normal habe ich nicht nur die rosa nennen ja also es geht schon wunderbar los wir haben schon zwei von drei toten damit dass man später wird ich bin immer voll stolz auf mich dass ich Leute was ist das das will ich töten alter ich hab's getötet und ich kann nicht Nightcrawler alter wieder aussieht was ist das denn ist du das wir sind noch mehr Nightcrawler das bin ich gott das ist lustig diese scheiß mut er macht sein hühnchen kannst du hier einfach mal rein ja scheiße ich bin zu fett ja ich bin auch ich bin ich bin ja auch ich bin schuldig ich bin ich bin auf ich muss eigentlich muss ein ich bleibe er ist ein Block das sind unterhalten lassen Nein da ist ein Block Alter komm rein komm rein schnell bitte, du stirbst sonst gleich und als Zombie zum Beispiel kriegt man einen Tag Schaden, genauso wie ein Spilett und wenn man hier dein Eisen weggenommen dein Gold habe ich genommen das habe ich auch für euch reingetan, aus dem Eisen ja wo ist jetzt mein Hühnchen? die Lust, die aus wie du schlägst so ich weiß nicht, wie werden die wir werden vermutlich die die folgen meistens so zwischen 15 und 20 Minuten halt würde ich jetzt mal meine 15, 20 Minuten, es kommt halt dann auch fuck off, nein ich habe nur noch halbzeitlich, ich möchte nicht noch mal sterben ich sterbe was verfolgt sich? bist du behindert, man? aber jetzt schon und weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass man so ab Mark, ich bin dafür, wird uns ein bisschen was ein wer was macht, ich bin dafür, dass der Mark unser Zuhause gestaltet, das erste Mal, also nicht ausfüllt ja, der Meinung bin ich auch ich bin gerade oben auf unserem Berg und da habe ich einfach auf dem nächsten Berg Dias gesehen und hier sind auch noch mal Dias, Leni, komm mal, bau die bitte ab, das ist zwar nur einer, aber trotzdem ich kann nicht mehr sprinten ich auch nicht jetzt haben wir schon 8 Leder ich mache gerade Brot ich helfe dir ach komm Junge, erschreck mich doch nicht so komm wer ist der Creeper? ist der da? ich komme gerade ich glaube es war jetzt gerade ein echter Creeper ne, was echt? ne, was echt? ist ja lustig, könnte man sich doch auch mal auch so akkredieren lassen als Creeper ist das ja nicht so lustig, dann wirst du nämlich immer so ich habe es wirklich ein echter Creeper hier bei mir ja, ich bin sicher nicht ich habe gerade einen Creeper, ich bin für Ease, alter Ease Gott ähm, Mark, deine Hose, willst du dir das haben oder nicht? wär schon nett ja, komm mal, hast du die, dir? na, ich hol die jetzt so, also ich zeig's jetzt mal, wenn man hier hört, dann ich meinte nicht die, ich meinte andere man, ähm, Moment ja, die wurden aber auch gleich drin ja, die wurden aber auch gleich drin Alter, ist das ein Riesen-Nest welches den Hemd, der kriegt jetzt Schaden weil es... oh, Leute, wir sind schon bei 20 Minuten ja, wir schneide ich ähm, aber ja, dann müssen wir jetzt eine neue Folge machen und ich... das ist eine Anmoderation, ich glaube ich ja ja ok, Leute, neue Folge beziehungsweise nicht so perfekt ich muss ganz schnell ins Wasser, sonst sterbe ich ok, dann ich beende jetzt meine Folge also Leute, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja Daumen, Liken, alles mögliche, was euch gewählt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal